Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge SlimeRanger. Heute holen wir uns ein paar neue Ressourcen hier in der sandigen Glaswüste und halten Ausschau nach solchen wunderbaren Köpfen, wo wir hier so ein paar Schleimkacke-Bällchen reinwerfen können oder reinschießen, wie auch immer. Dich haben wir schon, bunte Hühnchen haben wir auch schon. Keine Ahnung, was das macht, ich weiß es einfach nicht. Und ja. Irgendwo hier war zum Beispiel so ein Kopf. Oder irre ich mich da jetzt? Was ist denn Herzrüben? Die brauchen wir nicht. Haben wir schon. Ja, ist gut, alter. So, das Ding da oben frisst ja nur Fleisch komischerweise, obwohl es ein Kaktus ist. Ja, wenn ich jetzt hier einfach planlos in der Gegend umherrenne, das liegt einfach nur daran, ich suche diese komischen Schleimköpfe. Äh, ja doch, Schleim-Steinköpfe. Wie den da drüben, ne? Oder den hier. Hier unten war keiner. Aber hier oben. So, ähm, war hier irgendwo noch einer? Was ist das hier? Ne. Ne. Ja, dann müssen wir weitersuchen und gucken. Ähm, ne, du wolltest nichts haben. Was ist denn das da? Da, da, komm her. Ha, 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 ha. Ich hab ein Mosaik-Slime. Und noch ein paar Feuerslimeys, geil. Läuft grad bei mir. Aber irgendwo... Die waren das, genau. Die will ich haben. Das waren goldene Karotten, wenn mich nicht alles täuscht. Was sind das, die einzigen hier? Ach, und dann gibt's hier noch diese komische Stachelfrucht. Für die brauche ich ja auch noch was. Ähm, gut. Dann gehen wir erst mal so weit hier ein bisschen umhergucken. Und wie komme ich da wieder hoch? Bis das Zeug gewachsen ist, braucht's ja noch ein Weichen. Da komme ich hoch. Vielleicht findet man die aber auch noch woanders. Ja, sehr schön. Da haben wir schon zwei von vier Sachen, die wir fangen wollten. Haben, tun, wie auch immer. Da oben ist noch was. Ich sehe es ganz genau. Geh weg. Silberwurzel. Guck an. Da haben wir sie doch schon. Äh, da hinten ist dann so ein, äh, Stachelfruchtbaum gedöhnt. Aber ich muss hier... Wieso will der auch hier was Linernis auf einmal haben? Hä? Muss ich das verstehen? So, da haben wir wieder das... Ja, hier, die Frucht brauche ich natürlich auch noch. Wo ist denn da mal jetzt bitte schön gelandet? Hä? Was ist denn das? Was ist denn das hier? Was ist denn das hier? Äh, 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 ja, gut. Hier ist noch sowas. Das nehmen wir natürlich alles dankend an und mit. Hier gibt es nichts. Aber was ist das hier? Gibt es hier irgendwas für mich? Was ist denn das hier? Was ist denn das hier? Was ist denn das hier? Was ist das? Jetzt will ich da hoch. Hä? Lass mich. Lass mich. Los. Arschloch. Warum lässt er mich nicht da hoch? Aber was ist das? Das geht doch. Äh, nein, da möchte ich nicht runterfallen. Äh, was? Hat sich jetzt hier etwas geändert? Nö. Ich dachte, die hätte sich jetzt so geändert. Wieso ist hier ein Miet-Slam? Geh weg. Kommt man da irgendwie hoch? He he. Äh. Keine Ausdauer mehr, läuft bei mir. Äh, Ausdauer, komm, rege. Ja, und jetzt? Hier gibt es ja gar nichts. Toll. War ein Satz mit X. Dann gucken wir halt weiter rum. Äh. Naja, nee, in diesem Sand möchte ich nicht gerade runterfallen. Ja. Nee. Ja, dann. Dann. Noch mehr. Oh, meine. Wo bin ich? Hallo, wo bin ich hier? Hallo? Äh, äh, hä? War ich hier schon mal? Hallo? Olaf? Ernst? Gustav? Helft mir. Anscheinend war ich hier definitiv noch gar nicht. Hä? Hä? Doch, nee. Doch, nee. Warte, nee. Hä? Entschuldigung, ich bin gerade ein bisschen überfragt. War ich hier schon? Nee, ich glaube nicht. Okay, da ist sowas. Äh, äh, ja. Ich höre hier auf jeden Fall etwas. Äh, lass mich hoch. Hä, 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 hä. Genau das, was ich jetzt nicht einsammeln kann. Schön. So, der will so einen bunten haben. Scheiße. Müssen wir das so hier machen, hä? Genau, spuck aus, die Kacke. Haha. Und wieder einsaugen. He, 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 he. Aber, ja. Ja, 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 genau. Okay, einmal im Kreis gelaufen für nichts. Ja, soll vorkommen. Aber hier war ich schon mal. Das sehe ich. Ach, stimmt, hier ist ja dieser große, fette, riesen Schleim. Aber Moment mal. Die bunten essen die Silberwurzeln. He, 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 he. Wo haben wir noch mehr davon? Wir haben auch noch so einen fetten Schleim davon gesehen. Wo war der? Was passiert, wenn ich die alle gefüttert habe? Ach, das sind... Hey, das sind nur Karotten. Läuft. Also hier muss ich mir auf jeden Fall diese starre Frucht merken. Die brauche ich nämlich noch. So, dann gehen wir nochmal hier hinter. Irgendwo gab es doch noch einen. Das waren doch mehrere. Bin ich schon wieder so neben der Spur. Die kann man nicht einsammeln. Okay. Ach, ne, da hinten geht es hoch. Boah, noch mehr. Ja, damit. Aber wo war jetzt der Fette davon? Ich brauche Minimum 25 von diesen Silberkarotten. Von den Silberwurzeln. Minimum 25 Stück. Weil dann kann ich den zum Platzen bringen. Jetzt ist allerdings nur die Frage, wo kriege ich noch auf die Schnelle welche her und wo war der fette Schleim? Da geht's oben lang. Wo? Wo? Da geht's oben lang. Da wollen wir natürlich auch hin. Oh, da ist so einer von den Lilanen. Hä? Äh. Hä? Und das? Schon wieder so eine komische Oase. Da oben ist er! Da ist er! Ich sehe ihn! Äh. Äh. Ja, das sind wieder so eine... Äh. Ne, nicht Quanten, sondern Phosphor-Schleimis. Also ich weiß jetzt wo der bunte Mega-Slime ist. Aber ich hätte halt, ehrlich gesagt, gerne hier noch... Ja. Genau, hier! Du bist da! Ne, das wollte ich nicht. Das da wollte ich. Hä? Was? 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 Was fressen die denn? Ist das keine Frucht, was ich hier hab? Dann muss ich jetzt hier das versuchen. Wo ist er denn? Da ist er! Ja! Friss! Yeah! Äh. Hier! Äh. Weg! Los! Wow! Das sind wir hier! Abschießen! So, jetzt einmal da hoch. Äh. Äh. Höhle? Okay. Scheiße! Ich seh einfach hier nichts mehr! Okay. Scheiße! Ich seh einfach hier nichts mehr! Boah! Nee! Bloß weg, ey! Du Feuerding! So, und hier oben war so ein... lila leuchtender Park. Hat sich hier jetzt sowas verändert? Und das? Und das? Hier leuchtet eins! Toll! Hä? Muss ich das verstehen? Gibt's hier 5 Milliarden Dinger davon, oder wie? Oder muss ich da mehrere reinschießen, ne? Patsache! Oh, hier ist noch eins! Da war ja noch eins! Hö, hö, hö! Hat der Eyck überhaupt nicht gesehen! So, das heißt, dort müssten jetzt so zwei Lampen leuchten, ne? Äh. Das wird mir aber ein bisschen zu blöd hier die ganze Zeit so eine Dinger zu suchen, muss ich ehrlich sagen. Oh! Okay, weg! Haha! Oh, wir brauchen gar nicht mehr so viele von diesen Karotten, ne? Seh ich gerade! So! Auch wenn das hier jetzt glaub ich... Ja, ein Fehler war! So! Der ist broke! Und... Tschüss! So, das war's aber auch schon mit der Folge, diesmal wieder etwas zu lang geworden. In der nächsten Folge suchen wir noch weiter Silberwurz und versuchen den riesen Mosaik-Slime zu... zum Platzen zu bringen, wollte ich schon sagen, zu knallen, aber gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wenn ihr das doch noch umdann lasst, Kommentare da und ich hoffe, wir sehen uns zur nächsten Folge. Bis dahin bleibt, entspannt, genießt den Tag und bye-bye! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Dieolen Sie, bis zum nächsten Mal, die go! Untertitelung des ZDF, 2020